Stolpert uns? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest, heute mit Simon. Genau, wir sind in der zweiten Folge, wir haben nicht gesprochen, bevor wir rausgegangen sind. Deshalb jetzt hier nochmal den... Man landet immer, wenn man das Game verlässt und wieder reinkommt, landet man immer hier, also da, wo man zuerst gespeichert hat. Wussten wir nicht, jetzt wissen wir es. Und deine Begrüssungsart ist sehr interessant, wie ich finde. So begrüsst du eigentlich immer. Ja, das war mir ein bisschen zu schnell. Also ich habe eigentlich auf den Calm Down gewartet, aber... Ach so, jetzt tut mir leid, ok. Ja, nein, weil zum Schneiden ist dann ein bisschen einfacher für mich. Aber, egal, spielt keine Rolle. Bin gerade ein bisschen überfordert gewesen, so. Und auch Münz für Sprengstoff, ok. Warte, aber das heißt, das Inventar hat es auch nicht gespeichert. Oh, scheiße. Egal. So, die Leuchfackeln habe ich noch. Ah, ich. Die hast du vorhin gemacht. Ja, die haben das vorhin gemacht. Ja, du hast den noch gespeichert, scheiße, stimmt. Stimmt, dann bist du jetzt einfach bei meinem Standard. Ok. Nein. Nein, nicht bei deinem Standard. Ich habe einfach meine Sachen nicht gespeichert. Ah. Voll idiot. Du hast deine Sachen gespeichert, ich nicht. Weil es weit weg war. Set. Schlafen. So, perfekt. Aus hier und essen. Huck hat nichts mehr drin. Das ist jetzt irgendwie... Hast du Snacks noch in dem Moment? Einen einzigen. Ich habe fünf. Ok. Wir müssen jetzt eh weiter. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Gerade sagen. Wollen, das kannst du schön so stehen bleiben. Wenn man... Essen. Das sind die guten, ne? Mhm. Perfekt. Das heißt, hier müsst ihr es wieder leuchtpacken. LOL! So kann ich das duplizieren. Indem du nicht speichert und dich schon. Können wir das Zeugs duplizieren. Kannst du noch die Saale mitnehmen? Warte mal. Zwei. 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 Nein, kann ich nicht mitnehmen. Scheiße. Ich habe eben schon vier Saale. Ja, ich habe auch vier, ja. Also. Scheiße. Schade. Hm. Bist du hinter mir? Ja. Super. Zwei. 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 Das war der Spot an den ich gedacht habe, weil du hier, schau mal, wo bist denn du? Komm mal her! Ich habe keine Energie mehr zum Rennen. Eben, hier oben hat es Feldwände, das heisst man muss dort oben nur einen Zaun stellen, sie können nicht mehr runterkommen und hier muss man gar keinen stellen, weil hier unten können sie dich hochklettern, das ist zu steil. Da liegt es auch nicht, ja stimmt. Du darfst einfach nicht runterfahren, ne? Das ist voll gut, ja, lass das machen. Gut. Ich baue mal eine Tür noch hin, dass wir reinkommen. Ne, lass das erstmal alles sein. Wir bauen ganz zuerst mit R. Was ist mit R? Mit R kannst du die Objekte drehen. Ja, ich weiss. Oh, gut, das können wir auch machen. Ne? Das sind 90 Holz, ne? Ja, wir haben Tagzeit. Und sonst in der Nacht können wir immer noch zur anderen Hütte. Aber so weit war sie ja nicht weg. Oh. Oh, oh ne. Du hast blöd gefällt, der fällt jetzt dann gleich alles runter. Ne, der hat Glück. Du hast Glück. Wie, du, ich müsste dann schlagen, dass das auf die richtige Seite geht? Ähm, du hast anfangen zu schlagen, wo du willst, dass er hinfällt. Ah. Dann fällt er genau auf dich drauf, sozusagen. Das ist Baumphysik. Ne, eben genau auf die andere Seite. Nein. Ach. Wenn du es richtig machst, sollte er... Oder nicht. Das habe ich jetzt voll im Schüppel liegt. Kann auch sein. Ich muss gerade nochmal nachschauen, ob ich jetzt die Aufnahmen gestartet habe oder nicht. Ich vermute, dass ich das letztes Mal auf Stream geklickt bin, bin ich mir ganz sicher. Aber es könnte sein. Echt jetzt? Bei der ersten Folge oder was? Ja. Ich muss kurz nachschauen... Video... The Forest... Ne, habe beide Aufnahmen. Alles gut. Doch, genau so wie ich gesagt habe. Nun hat es bei mir einfach nicht funktioniert. Okay. Der Baum hatte keine Lust auf dich. Ja, kann sein. Und vielleicht hast du noch mitgeholfen. Achso, das kann sein, dass dann der Fall verfälscht wurde. Oh nein, keine Energie. Oh, äh, Essen? Aber... Ja, das kannst du mal. Schau mal. Im Stream habe ich mich ums Essen gekümmert. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, jetzt sah dein Handy noch nicht aus. Oder noch nicht auf lautlos. Jetzt schon. So jemand hat 400 Abonnenten. Ja. Gönnst du mir das jetzt nicht? Super, klar, klar. Aber... Es hat jetzt nicht gerade so geklungen, ne? Spass. Jaja. Oh. Oha. Oha, was? Der Baum ist in den Felsen gefallen. Und die Hälfte des Baumes ging hinzu die Erde. Okay. Lagerfeuer wäre noch was. Lagerfeuer wäre noch was. Hoffentlich. Hoffentlich. Warum? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube... Also ich hoffe es nicht. Und sonst muss man auch ausleuchten wie in Minecraft. Ah, es fehlt wieder ein Stein. Noch ein Stein. Stein, Stein, Stein. Ich mach mal kurz mein Bucket voll Wasser nach rein. Ich kann das Wasser mal... Destilieren. Abkochen. Abkochen, genau. Immer wieder gerne. Ach nee. Das Feuer. Okay, Wasser ist fertig, man kann daraus trinken. Das löst unser Essensproblem. Nehmen wir noch nicht. Nein. Ne? Was ist so? Ich brauch noch kurz... Weil das ist das größere Problem bei mir. Zumindest. Bei mir auch, ja. Ja. So, vier Snacks hab ich noch. Ich hab gar keins mehr. Weißt du? Siehst du das Problem? So, Wagen ist fertig soweit. Perfekt. 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 Dann kann ich damit auch die... Kannst du fällen und die rein sammeln, ne? Jetzt sind wir um einige schneller. Mhm. Aber es ist echt ein Problem. Öh. Muss mal auf den Boden schauen. Jetzt ist alles ein bisschen nass. Macht Sinn, ja. Na ja. Oh, meine Energie. Wie... Ich müsste dringend mal Essen haben. Nein, nicht da unten. Alter! Die Vögel sind mir zu schnell. Die Vögel sind mir zu schnell. Ab einen. Ab zwei. Ja, eigentlich. So! Übrigens, das Wasser ist leer getrunken, ne? Ja, das ist gut. Du musst dringend essen, Alter, sonst wird das nichts mehr. Ich hoffe nur, dass das Feuer nicht ausgeht. Die ganze Zeit mit Laub am besten. Ja. Alter, Rettung in aller letzter Sekunde. Hast du schon voll? Nein, nicht ganz. Hat noch eins drin, nimmst du. Okay, nehme ich gleich. So, hab noch mal ein Foto. Okay, jetzt dringend baue ich mal Fällen, weil wenn wir die Hütte nicht fertig kriegen. Das schaffen wir nie. 63. Verleg doch mal. Wenn wir gute Teamarbeit leisten, haben wir vielleicht Glück. Ich würde sagen, dass wir jetzt noch kurz eine kleine Hütte bauen. Weil die Hütte können wir abreissen, dann bekommen wir einen Teil vom Holz wieder zurück. Ja, gut. Ja, okay. Fällst du weiter? Ich baue die anderen. Schon mal. Ja, jetzt bin ich schon hier. Kleine Blockhütte. Wow, das war krass. Das hat nicht viel mit Logik zu tun, was du gerade machst, aber egal. Die kennt man nicht anders. Genau. Ja. Wir brauchen 13 Holz für... Die kleine, ja. Die kleine. Ah, die Energie. Die. Oh nein, ich schmiede den Berg rein. Ah. Scheiße. Und ich zerstöre hier gerade alles. Das ist ein bisschen Problem. Oh nein. 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 Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Wagen irgendwie eingebaut habe. War auch nicht der Fall. Zum Glück. Du hast also das mit den Bäumefellen. Das ist das halt ein bisschen da. Na Hamburg, τοre Inte. Nein. Wie viel fehlt? Ich glaube nicht mehr zu viel. Aber ich weiss es nicht. Ach das sind zwei Bäume, scheiße! Achtung! Wow! Das ist wo? Da ist mir gerade etwas knapp am Kopf vorbei geflogen. Wow! Warte kurz! Warte kurz! Ich habe keinen Platz mehr. Doch! Jetzt sollte die Blockhüter gleich stehen, denke ich. Gut, die Blockhüter ist da. Ja! Mach mal so, oder? Was machst du jetzt schon wieder hier? Bäume fällen, mein Junge! Ja! Das Holz kümmere ich mich, dass das an den richtigen Ort kommt. Ich bin da der Schleppesel. Ja, du bist halt mein Esel. Der war so scheiße. Ich hoffe du hast es gemerkt. Ja, du hättest gerade sehen müssen, dass ich in der Facecam gemacht habe. Scheiße! 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 Ich schluck die Medizin! Äh, wenn dich ein Baum trifft, bist du gut tot. Das ist mir gerade passiert, auszusehen. Du bist nicht tot. Du hast wenig Leben gehabt. Ich bin nicht so gut wie tot. Meine Energie. So, lass uns schon mit 10 runter. Hä? Ich konnte es doch gerade. Scheißding! Bleib stein! Naja. Ja, langsam wird es dunkel, oder? Alter, hier geht es ja ultra tiefer runter. Alter, da unten liegt ja richtig viel Holz von uns. Sei vorsichtig, oder? Ja, nicht, dass du... Verarschen kannst du auch nicht, ne? Nur so, by the way. Was sagst du? Nichts. Vergiss es wieder. Na ja, auch für andere Zeit. Genau. Wir brauchen noch viel Holz, immer noch. Ja, na ja. Das kriegen wir schon hin. Ja, wenn die Hälfte der Haut runterfällt, kommen wir nicht weit. Scheiße. Was? Ich habe ein Problem. Werdest du? Ich habe hier kein Wasser. Ich habe die Hälfte. Ich habe hier kein Wasser. Das ist wirklich nicht. Ja, man löscht automatisch irgendwann. Was? Ich habe hier mal noch. Häh? Warum fällst du in die Richtung, Junge? Was wird mit den Bäume fällen? Ist doch ein bisschen Bucky irgendwie. wie yo moin so da sollte er nicht hinfallen ups so ups oh es gibt einen Wasserschlauch scheiße Schneeschuhe brauchen wir nicht kleiner Steinbeutel Hasenfelschuhe handgemachter Axt handgemachter Bogen Stockbeutel, Steinbeutel, Speertasche Wärmeanzug so dann komme ich nochmal zurück zur Hütte und können wir die Folge auch schon gleich beenden stimmt, wir sind schon wieder bei 20 Minuten geht schon schnell vorbei die Zeit hier eh eh die die brauchen nur noch 41 das ist ja nicht so viel ne eigentlich nicht die Felder sind nicht runter, da gehts gleich runter so fast ja hier Meister ja ich gebe mir jetzt gehen wir mal in die Hütte speichern nochmal ganz schön au das hat weh getan schlafen müssen wir nicht unbedingt ähm das machen wir jetzt dann gerade kurz offline schlafen genau und ja genau wir sehen uns das nächste mal in der nächsten Folge bis dann tschüss bis dann 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 bis dann